So, normal mache ich ja keine Produktvorstellungen, aber das möchte ich euch zeigen. Gemüsebeutel vom Rehse, das Netz. Bei Edeka gibt es fünf Stück für drei Euro zusammen, die sind noch mal drei Viertel größer als das. Und dann habe ich hier von Helikon Text den Windbreaker, Windranger. Ich habe was Leichtes und Dünnes gesucht, wenn es den Sommer auch mal kühlere Tage gibt, windige Tage, dass ich was Leichtes dabei habe zum Überziehen. Hat so eine Tenguru-Tasche mit Reißverschlüssen und Mesh innen. Unter den Ärmeln auch, Luftungseinlässe. Reißverschluss vorne, Kapuze mit Schild. Gummizug. Der untere Rand ist auch mit Gummizug. Das ist Größe XL. Ich bin 1,70 Meter. Wiege rund 95 Kilo. An den Ärmeln sind Bündchen. Ein bisschen länger, macht aber nichts. Also mir passt perfekt. Ich kann nicht gut bewegen. Passt auch noch ein Vlies drunter. Reicht dann auch für den Herbst. Für Herbstwürme und so. Gefällt mir, ist angenehm zu braten. Reißverschlüsse sind YKK, aber es ist halt bei dem dünnen Stoff schon ein bisschen vorsichtbar und Ziel nötig. Aber ansonsten, feines Teil. Passt zu meiner Sammlung, zu meiner Ausrüstung. Gibt es auch noch in den Farben Stahlgrau, Schwarz, Grünoliv haben sie momentan glaube ich nicht. Zumindest nicht in meiner Größe. Könnt ihr mal gucken. In diesem Sinne, viel Spaß draußen. Und bis zum nächsten Mal. So. Es muss ja nicht mehr klacken. Ich hoffe ja wieder in die Fernbedienung.